Und heute seht ihr das Archäologische Museum in Iraklio. Na ihr kleinen Affen, willkommen zurück zu unserem kleinen Videotagebuch hier von Kreta. Und ich möchte euch wieder mal erzählen, was wir heute so getrieben haben. Wie ich schon gestern erzählte, wird es zunehmend schwieriger was zu finden hier, was man unternehmen kann. Kommt hier im Motorrad oder sowas. Und ja, heute haben wir aber noch ein Museum aufgesucht, das Archäologische Museum. Ihr könnt euch sicher, wenn ihr die Videos guckt, daran erinnern, dass wir an den drei Ausgrabungsstätten waren. Hier die drei großen. Und da gibt es natürlich nicht nur diese Mauern zu sehen, sondern auch einzelne Fundstücke. Irgendwelche Schwerter, Töpfe, Ringe, alles sowas. Und diese Originale, die gab es in dem Museum in Iraklio zu bestaunen. Ja, da waren wir zuerst in dem Museum. Dann, was eine ganze Weile gedauert hat übrigens, ich glaube zwei Stunden, zweieinhalb Stunden oder so. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Einschließend sind wir noch in der Stadt, das ist glaube ich sogar die Hauptstadt oder so. die ist ziemlich groß sind wir noch ein bisschen naja shoppen kann ich nicht sagen wir haben glaube gar nichts geholt haben uns das ein bisschen angeguckt da ist so ein brunnen noch gewesen so das wahrzeichen von da das hat mal ein architekt gebaut um wasser in die stadt zu befördern denn hier gibt es ja dann schon mehr wasser und sonst nicht so viele flüsse und so ja wie gesagt sind wir da durch die innenstadt gelaufen wo ziemlich enge gassen sind und so und viele läden könnt euch den trugel auch mal angucken so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wuh, wuh, wuh! Musik Hm? Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. Kein Kreutz. Tsch. Ka же, Sasche? Applaus Applaus Es reicht's Guckt euch das mal an Feuerwehr Und es regnet Und Kräter Und die Rennen Ist das nicht lustig Guck Guck Warte ist glitzend Guck Kannst du noch zur Bar gucken? Ich bin schon beim Film Kannst du zur Bar gucken? Deine! Keiner mehr da Kannst du zur anderen Seite gucken? Oh, das habe ich jetzt mal gehört Ja, ich gucke Ja, ich gucke Ja, ich gucke